Wie Ausländer so sind Zum Frühstück gibt's Oliven, Ziegenkäse, Gurken und Tomaten, dieses fleischartige Ding da und die Krönung, Sujuk mit Ei. Das Leben danach schmeckt danach. Wenn andere herausfinden, dass du ein Ausländer bist, sprechen sie zu dir, als ob du ein Rapper wärst. Hey, Bro, was geht? Ich bin nicht dein Bro! Als Kind bekommt man gesagt, wenn man seine Eltern schlägt, dass man danach versteinert. Mama kocht immer für 100 Mann. Wenn dir Gäste einen vollen Teller essen bringen, gibst du ihnen einen vollen Teller zurück. Deine Mom telefoniert so laut, wie der Start eines Jets oder ein Vulkanausbruch. Älteren Menschen macht man immer Platz, damit diese sich hinsetzen können und man steht für diese beim Begrüßen immer auf. Wenn die Mutter Nein sagt, dann heißt es Nein. Egal wie alt du bist.